Ein wunderschönes Hallo, es geht mal wieder weiter mit Elden Ring. Diesmal war gar nicht so viel Zeit dazwischen, eine Woche. Währenddessen habe ich anderen lustigen Kram gespielt. Was habe ich denn gespielt? Ricard Antoldorn gespielt, ich habe Resident Evil 6 gespielt und ich habe Stranger of Parade, nee, Stranger in, Stranger of, Fine Fancy Origin gespielt. Sehr lustiges Spiel, war eine lustige Session. So, jetzt mal kurz. Ich sorge jetzt dafür, dass es euch schlecht wird. Und zwar seht ihr ja hier die Problematik mit dem Greenscreen. So, deswegen habe ich hier auch eine Jacke an. Nicht, weil ich bescheuert bin in dem Hitze, sondern ich habe ein gelbes Shirt an. Ich weiß, unklug. Ich sollte für den Stream kein gelbes Shirt tragen. So, und zwar will ich, ich zeige euch mal kurz was. Greenscreen. Oh, interessant. Guck mal, jetzt ist es weg, jetzt ist es da. Ich habe irgendwas ein- und ausgestellt. Okay, zeige ich es euch nicht. Ich habe halt hier an den Decken Softboxen angebracht, also Lichter, USB-Lichter. Und die hängen aber an der Decke und sollen nach hinten strahlen, um den Schatten wegzustrahlen. Mein Plan wäre aber, die nicht da oben anzubringen, sondern auf ungefähr dieser Höhe, dass die an die Wand strahlen. Um dann vielleicht das Verhältnis besser zu kriegen. Aber warum jetzt mein Greenscreen so nicht funktioniert, muss ich mir mal noch ein Rohr angucken. Hier sieht es ja anders aus. Nö. So, perfekt. Ich würde mal sagen, ich bleibe hier unten. Und wir legen jetzt mal direkt los und schauen, was hier so abgeht. Also, was haben wir denn zuletzt gemacht? Wie viele Seelen haben wir? Wir haben auch 2000 Seelen. Wir waren jetzt nochmal Waffe prüfen, allem drum und dran. Haben unseren Kumpel trainiert. Genau, und sind jetzt dabei. Also, raus. Das haben wir jetzt alles schon erkundet. Genau, wir sind jetzt quasi auf dem Weg hierhin. Genau, weil hier ist ein Plateau. Hier gäbe es noch einen Boss. Hier sind diese komischen Stinkegegner, die die ganze Zeit nerven. Genau, aber grundlegend bin ich eigentlich gut zu hören, zu spät zu hören. Ich hoffe es. Ansonsten, ich kann es auch ein bisschen lauter machen. Wizard of Evil war letztes Mal ein bisschen laut. Da musste ich es leiser machen. So. Gucken gleich mal. Genau, also. Hier wäre dann ein Boss, soweit ich weiß. Also, hier wäre noch ein Eingang in die Hauptstadt. Und, genau. Und hier wäre noch ein Boss. Ruinen des Waldvolks. Genau, Entschuldigung. Ich habe rausgesprungen. So, ich hoffe ich... Upsle jetzt nicht die ganze Zeit im Ton. So, genau. Ich würde sagen, wir jagen uns jetzt hierhin. Und gucken jetzt, was da auf uns zukommt, würde ich mal sagen. Nö? So. Perfekto. So. Da geht es weiter. Genau, in die Stadt wollen wir eigentlich rein. Da kommen wir so aber jetzt gerade nicht rein. So, hier sind überall Typen. Gegen die muss ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Ich glaube, hier habe ich mich auch schon umgeguckt. So. Da sind Typen mit Feuer. Ich weiß, dass da irgendwo ein Riese sich wohl hingekauert hat. Äh, genau. Renn, renn, renn. So. Die haben es. Und du jetzt auch. So, genau. Sammeln wir hier mal noch die Pflanze ein. Ach, gibt es keine Einpflanzen. Hinsammeln. So. Hier oben wäre ein Weg. Wie man sieht. Hier. Und den würde ich jetzt auch einmal gehen. Mit unserem Pferdi. Oh, da lag ein Item. Ah, das ist wirklich ein Item. Guck mal. Ein Pilz. Unwichtig. Also habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Eigentlich brauche ich am ehesten immer dünne Bestienknochen. Um Pfeile zu erstellen. Weil das sind die Items, die ich am ehesten noch nutze. Okay. Wollte nur wegen dem Schatten hier gucken. So. Irgendwo hier. Das Item. So. Ich habe das Gefühl, dass hier ganz viele Gegner sein können. Oh, da oben ist ein Licht der Gnade. Gnade. Ja, dann. Auf. Was macht der denn? Der fliegt. Die fliegen beide. Die fliegende Skelette. So, den tot. Du brauchst auch nicht nochmal aufstehen. So. Und du auch nicht mehr. Fliegende Skelette. Ah, das ist ein Händler. Cool. Licht aktiviert. Wahaha. Dann unterhalten wir uns mal mit dem. Kaufen. Okay, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das hier wäre interessant. Eine Notiz. Wichtige Information. Notiz unter der Hauptstadt. Genau. So. Sag mal hier, Bolzen brauchen wir nicht. Ja, den Rest benötigen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Hier ist ein Eselchen. Wir sehen noch irgendwie was. Man hat mir direkt Licht der Gnade am Licht der Gnade. Da oben. So, dann hoch. Hier kommt doch ein Boss. Da liegt was. Moment. Da liegt was. Das müssen wir mitnehmen. Oh, da kommt's Ferdin nicht durch. So. Okay, da sind Skelette nur. Gucken wir mal hier rum. Okay, hier ist nix. Vorsicht ist gut. Da liegt ein Item. Da liegt auch eins. Oh, und ich wusste es. Und ich kann hier nichts beschwören. Da ist er. So. Wo ist er? Da ist er. Okay. Autsch. Autsch. Uh. Der hat mir aber hart getroffen. Viel hat er nicht, aber... Ohne mein Buddy könnte es kompliziert werden. Gut, dass ich hier im Feuer war. Licht. Kommt er auch beim Tag? Ich vermute mal nicht. Ich bin ein Kristalltrainer. Okay, der kommt also nur in der Nacht. Könnten schauen, ob wir ihn triggern können. Ich will jetzt einmal am Licht warten. Aber ich kann meinen Buddy da nicht beschwören. Das ist ein bisschen traurig. Das hat mir aber so schön geholfen. Wir gucken mal. Also. Wo ist das Zeit vertreiben? Bis nach deinem Bruch. Ja, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Wo ist er denn da? Weg, weg, weg. Der teilt dann schon aus. Die Viecher sind echt kacke und nervtötend. Warte mal. Mal hier hin. Puh. Au. Ich will erstmal die Viecher hier kalt machen. Okay, die haben wir. Und ich müsste jetzt mich heilen müssen. Ach, verdammt. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder in die Ecken, wo es ein bisschen schwerer wird. Wir machen mal, glaube ich, was später. Tut mir leid. Aber ich wollte auch ein bisschen in der Haupthandlung kommen. Genau, da geht es da auch hin. Ich müsste mein Schwert irgendwann aufleveln. Und so, dann jetzt weiter den Weg. Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich bin noch im Kampf. So, wo sind denn hier Gegner? Das sind strange Gegner. So. Unter hier. Um die Ecke kümmere ich mich dann später. Ist denn hier irgendwo hinter mir was? Ne. Okay. Äh, genau. Da waren meine Seelen. Die sind mir aber jetzt gerade egal. Okay. Wo lande ich jetzt hier? Da ist ein größerer Gegner. Den könnte ich vorher versuchen kalt zu machen. Ja, komm. Ja, und. Na, weiter. Na, jetzt komm. Und nicht runter plumpsen. Yeah. Ja. Ach, jetzt bin ich hier an der Ecke. Okay. Okay. Kann ich ja mal kurz gucken, ob hier was ist. Uh. Uh. Äh, genau. Aber sonst ist da, glaube ich, nix. Nö. Dann. Ich würde sagen, weiter. Da. Oh. Und long. So. Ich war sogar schon richtig. Ich hätte uns geradeaus weitergemusst. Also. Hier dann durch und nicht abbiegen. Okay. 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 Ich guck mal, ob hier noch irgendwo was ist. Ich guck mal, ob hier noch irgendwo was ist. Irgendwas hört sich hier nicht gut an. Ach, da unten. Ah. Ja, Leutchen. Ihr solltet sie schon treffen. Da ist einer. Genau da, wo ich ihn gezeigt habe. Lustig. Yeah. Auf wen schießen die jetzt? Okay. Schon sagt. Bitte nicht auf mich. Da leben noch zwei. Okay. Wir holen uns jetzt den da. Oh. So. Schnell. Weiter. Autsch. Heilen. Vom Feuer weg. Warte, warte, warte. Lass mich mal kurz. Danke. 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 Tschüss. Hoch. Ist er tot? Ich würde mal sagen, ja. jetzt wollen wir uns noch den da so ah verdammt schnell noch dahin sieht er mich noch nicht mehr schwein gehabt so wir gucken kurz was hier ist kkk alter schwede verdammt das war nicht geplant ich hoffe ich muss jetzt nicht noch mal machen wir werden sehen hier runter der antlang und dann da den weg so an sich sollen sie ja die magie erst mal holen beide oder nur noch einer einer kann ich ja mal kurz hier durchreiten ich muss jetzt den da holen weg 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 okay tot ist er sehr gut gehen wir mal kurz unsere seelen holen runen sorry geholt und jetzt kämpfen wir noch gegen den dritten der jungs den mit der hellen bade ich sollte glaube ich nicht ganz so weit weg naja was macht er jetzt ich sollte auch anvisieren so schnell mal weg Wer attackiert mich denn? Jungs, ich helfe euch gerade. Wollte gerade mal sagen. Hier, hol dir mal den Magier. Danke. Ah, Ferdie erwischt. Weg. Weg. Und... Gott, muss das nervtötend sein, um so einen kleinen Typen zu kämpfen. Da ich mir die ganze Zeit auf die Beine haut. So. Da ich mich in die Beine haut. Da, da ich mir die Beine haut. Weg. 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 Ciao, nochmal. Ah, wie viel HP hat der denn noch? Meistens holt er jetzt nochmal aus. Hinterher! Und nicht mit Stein bewerben lassen. Ja, mach du mal dein Feuer. Na, verdammt. Warte, wieder mit Stein bewerben lassen? Und die letzten Schläge. Ha, 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 ha! Den haben wir also auch. Perfekto! Holen wir uns noch die Jungs. Ja. Super! So soll es doch sein. Hat ein bisschen länger gedauert. Würde ich auch sagen, in der nächsten Folge erkunden wir diese Ecke hier unten. Ne? Also, bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss! Jungs in der nächsten Folge sind Langs aussen. Wir sind hier unten. Und dann bin ichá.